Zugunglück in Kairo. Im Hauptbahnhof der ägyptischen Hauptstadt sind bei dem Unglück und einem anschließenden Feuer viele Menschen getötet und verletzt worden. Unklar war zunächst die Ursache des Unglücks. Einige örtliche Medien berichten, der Zug sei mit einem Metallblock kollidiert. Nach Informationen anderer Medien soll er den Bahnsteig gerammt haben. Rund 20 Krankenwagen waren vor Ort im Einsatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017